Wir starten in Echo rein. Ich muss noch eben den Chat einstellen. Hallo! So, ich habe ein bisschen was gemacht. Also nicht viel, aber ein bisschen. Also ein bisschen. Ich habe Hefe hergestellt und Brot gebacken. Und ich wollte mein Haus bauen. Ich habe Hefe. 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 Bombe das hier jetzt eben ab. Ich habe Hefe. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich habe jetzt noch ein paar Teile. Ich schaue, ich schaue, ich schaue. Ich schaue, ich schaue. Ich schaue, ich schaue. Ich schaue. Ich schaue. Ich schaue. Ich schaue. Ich schaue. So. 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 Jetzt noch mal gucken. So. 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 Das war's. Hm. Damit sieht das relativ gut aus. 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 Okay. So. 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 Okay. 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 Ich krieg das. So, aufgeräumt. Ich kriege das. 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 So, nochmal. So. Ich kriege das. 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 Ich habe das. Ich kriege 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 das. ich. ich. Ich kriege das. 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 was man dafür alles herstellen muss. Was man dafür, was man dafür, was man. Selbstverständlich. Ja, ich habe von da drüben einfach ein bisschen Stein geholt und das einmal komplett durchgemixt und dann einen Haufen Sand hergestellt. Das ist dein. Okay. Brechen wir ab. Grechen wir ab. jetzt ist auch das bauen bedeutend entspannter ja ich glaube ich habe jetzt ein karren voll mit sand weiß ich gerade gar nicht doch fast okay oder auch nicht mehr wo habe ich denn mein da ja 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 die speicher ja ja die beiden Karren. So. Ja, das wird schon alles hinhauen. Hoffe ich. Ja, da muss ich eh noch mal gucken. Da muss ich das Restaurant noch mal umbauen, leider. Wie ich festgestellt habe. Was ein bisschen sehr schade ist, aber passiert. Und zwar es gibt kein Lieferzugang. Das heißt, du kommst noch nicht mal vernünftig mit einem Wagen hier rein, zum einen. Zum anderen brauchen wir hier drunter einen Anlieferungspunkt, damit du hier hinten hinkommst, damit du hier oben an die Eisfächer rankommst. Also muss hier noch ein Lieferweg hin. Weil ich habe gestern das Meer geholt und das war so ein Krampf, das da hinzukriegen. kommt die Anlieferung dann über die Seaside oder sowas. das ist. das ist ok das ist wirklich cool gut 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 So, jetzt kommen wir zum nächsten Mal. Oh Gott. Also rückwärts fahren ist mit diesen Karren echt scheiße. Ach verdammt, ich habe die Position falsch gemacht. So. Ja, den Aufzug könnte man dann ja mit zwei Standorten machen. Ja, doch. Guck mal, dann setzt du den Aufzug hier hin. Aber hier hin. Eher hier hin. Aus den nach oben hier eine Stufe. Dann kannst du hier von der Landzeit rein. Und hier unten vom Strand kannst du dann auch da ran. So. Okay. Okay. Ja, bei mir dasselbe. Ja, ich wollte eigentlich auch noch reingucken und ich habe mich, weil in ihrem Zeitplan stand halt bis 15 Uhr drin, dann hatte ich reingeguckt und niemand war da. Ja, aber sie hat wohl nur das eine Haus abgeschlossen und dann gesagt, okay, für heute war es das dann. Oh, ja. Okay. 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 Das könnte natürlich auch sein. Oder da ist so etwas Außergewöhnliches passiert wie irgendwas mit einem Privatleben. Dass sie zum Beispiel noch einen Garten möchte oder so. Okay. 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 Let's nicht. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich baue den Keller aus. Weil ein gewisser jemand mich hier nötigt, die Forschungsstation zu bauen. Ja, nicht nur für den Ofen, sondern auch für den Mechanikertisch und so weiter. Dass das erstmal hier untergebracht ist. Wir so ein, zwei Upgrades herstellen können, weil wir müssen ja irgendwo die Materialien herkriegen. Und dann bauen wir da hinten die Fabrik. So war die Idee dann. Ja. Gnabend. Ja. 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 Ein Wagen. Ja. 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 Genau das war gerade meine Idee dahinter. Dass man dann den den raum dafür dann nach und nach nutzt. Aber ich bin noch am überlegen weil ich bin irgendwas dunkel in meinem kopf schimmert. Der Punkt hier. Ob das irgendwelche Einflüsse hat oder nicht müssen wir dann mal gucken. Die Entwicklung hier noch gut lehm. Die Entwicklung. Okay super. Aber ich dachte, das wäre, dass du den Raum dann auch so gestalten musst. Nicht nur nach T2 oder sowas, sondern... Ja, der Raum muss jetzt Industrienstandard entsprechen. Das heißt, er muss aus Metall sein oder sowas. Das heißt, er braucht etwas hoch. Wie schnauht. Wie schnauht. Hey! Ah, okay. Oh. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Grundriss Und hier kommt ein kleiner Balkon hin. 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 Und mit dem ich mich unterhalte, dann wird das deaktiviert. Echt? Okay, das kann ich irgendwie nicht. Das habe ich auch, wenn ich mich zum Beispiel auf irgendwas konzentrieren muss, kann ich nicht nur Musik hören. Da muss so gesehen ein Hintergrundrauschen von menschlichen Stimmen sein. Aber ich kann auch keinen Film oder keine Serie nebenbei gucken. Da werde ich bescheuert bei. Also laufen meistens irgendwelche Let's Plays. Als Hörspiel. Hä? Und hier kommt ein kleiner Balkon hin. Und ich bitte auch nicht rein. Also, das Laboratorium. Das wollte ich heute bauen. Und so wie gestern geplant, dass es dann hierhin kommt. ist das laboratorium nicht das hier ja das kommt da rein bei forschung okay aber alles gut okay 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja muss ich eigentlich auch noch aber Ja alles gut So Okay Ist ja schon mal gut Okay So 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 Okay. 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 hast du hast hast du hast 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 Das war's für heute. Ah, dann musst du mal berichten, was da passiert. Holy shit. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nice. Dieses creepige Lächeln. Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich würde mal eben eine ganz fixe Pause machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Genau, holt euch was zu trinken, was zu essen, Popcorn oder so, keine Ahnung. Und dann, bis gleich. 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 Dann, bis gleich. Dann, bis gleich. Und dann, bis gleich. Und dann, bis gleich. Dann, bis gleich. Dann, bis gleich. Bis gleich. I am back in the house. âm,b-mä,b-mä,b-mä für-l-l-flös Also, funktioniert jetzt. Hmmm. H mh. Ja. Tja. Diap sẽ tibell. Yomcy. Ja, glaube ich. Ja, glaube ich. So, wo wird das hergestellt? Okay, tragbarer Dampfgenerator. Ach, holy crap. Ja, das gucken wir uns später an. Ach, verdammt. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ha, dann haben wir gleich zwei Bücherregale. Super. Oh. 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 Cool. Ja. 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 Oh. 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 Ja. 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 Ich mein es kommen noch neun Bücher dazu. Ja. Ich glaube von dem kleinen Tisch haben wir alle oder? Ja. Ja. Okay dann kommen noch neun Bücher dazu. Na das geht ja sogar noch. modernes forschungspapier oh mein gott wo ist denn die stahl produktion ja cool irgendwer hat mir ein abo geschenkt bei kronk oh cool ja der hat gerade wieder einen goldenen kappertrain oh mein gott heute wohl schon das zweite mal oh gott hätte ich auch gern den hat er jetzt auf stufe sieben ja kann ich verstehen wo finden wir denn fortgeschrittene schmelzen hier fortgeschrittene lürik manchmal frage ich mich ob die leute zu viel geld haben ich würde mal stark davon ausgehen ja weil wenn du dir überlegst wie viele hundert zapps so kosten ja 390 euro ne wüsste ich was besseres mit anzufangen ja da ist natürlich die frage wie viel davon am ende wieder zurückgezogen wird abos kann man nicht zurückziehen sicher dass das geht ich weiß nämlich zum beispiel dass stream elements das explizit mit reingeschrieben hat sobald da was über streamen gespendet wird kann das nicht zurückgefordert werden auch nicht per paypal okay ja das weiß ich nicht so oh mein gott ja 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 so wir brauchen jetzt ordentlich kupfer wo hattest du den kupfer gefunden das war nur so wie in der wüste da wo wir das eisen abgefarmt haben so ganz kleine vorkommen an der oberfläche oh mhm also ich hab's noch markiert vielleicht moment kann man nicht vielleicht ähm es gibt doch ein werkzeug mit dem man das finden kann ja das wollte ich jetzt grad mal bauen brauchst du dafür kupfer ne das zum glück nicht ok dann bei dir am haus unten das luftverschmutz und vielleicht würde ich da mal ein bäumchen pflanzen oder so ja hast du vielleicht ein leder ähm hinten in der Bereich. Fertig. Das war's für heute. 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 Oh Gott. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, nice. Weißt du, wie der Erdbohrer... Und wie der Erdbohrer vernünftig funktioniert? Haben wir noch irgendwo Eisenerz? Von dem wir wissen, wo es ist? Ja. Dann probier den da mal aus und guck, ob der dir irgendwas anzeigt. Also der zeigt was an, aber ich weiß, ich will jetzt nicht in der Weltgeschichte überall bohren. Ich weiß jetzt nicht, ob das Erzvorkommen an sich, was an der Oberfläche ist, halt ein Indikator dafür ist, wo man bohren soll. Probier's einfach mal aus. Ja, ich test mal. Und wenn wir doch mal hier. Sandstein, 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 Eisenerz, oh. Wo hast du denn das Kupfer gefunden? Kommen wir mit? Jo. Also das hat funktioniert. Ich hab auf dem Loch gebuddelt, wo wir das Eisen gefunden haben. Und da hab ich direkt ne Ader gefunden. Ah ja, sehr cool. Oh Gott. Was denn? Das sieht nervig aus. Das sieht nervig aus. Alter. Hier. Ja. Hm. Bis jetzt nur Granit. verdammt. Ja, das eine Kupfererz wird das an der Oberfläche sein und das können wir aber dann trotzdem mitnehmen. Ach Moment, hier ist noch Kupfererz. Ich meine nicht viel, aber immerhin ein bisschen was. Naja, haben wir zumindest noch mal zwölf Stück. Ja, wir brauchen leider ein bisschen mehr. Ja, ich habe sowas befürchtet. Oh, hier ist noch mal Kupfererz. Ich glaube, wir haben eine Ader gefunden. Oh ja. Oh ja. Puh, Glück gehabt. Das war jetzt irgendwie einfacher als gedacht. Mhm. Ich bin voll. Warte mal eben so. Kupfer. Farbe. Kupfer. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sag mal, hast du eigentlich eben absichtlich Granit anstatt Kupfererz mitgenommen? Ja, ich muss das ja irgendwo hinpacken, das waren 60 Stück Hättest du doch einfach daneben irgendwo hinlagern können Ja, ich habe jetzt aber Lager mitgenommen und werde da gleich das Lager vollhauen Ah, okay, perfekt Jo schneller hinkommt Ja, okay, perfekt? War das nur ein kleines Vorkommen? 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, wir haben richtig Schwein gehabt. Yep. Okay. ja ich glaube das war es dann ja ja ich meine ich habe alles rausgenommen schade ich meine schon mehr als ich erwartet hatte oh ja so aber noch mal gucken ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 hau raus ich habe ein schild aufgehängt damit jeder weiß dass das hier auch das forschungszentrum ist okay ja das war ganz furchtbar wichtig ja ja Okay. 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 Also die kleine Produktion würde ich weiterlaufen lassen, weil du ja die Firma Leadplatten brauchst. Also so habe ich das dann am Ende gemacht. Okay. 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 Soh... Ja, aber falls irgendwas schief läuft oder du pausierst sie erstmal einfach nur. Gab es da eigentlich jetzt irgendwie nochmal Updates oder so, also zumindest von den Entwicklern, was die jetzt für die Zukunft planen oder ob die da schon was Neues eingerichtet haben oder so. Ich hab da die letzten Tage gar nicht geguckt. Soh... Soh... Ich guck da gleich mal auf dem Handy drauf. Soh... 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 Night-Day-Cycle oder sowas. Und da wartest du, bis es so hell ist, wie du es haben möchtest. Und dann klickst du da einfach mal drauf. Weil dann bleibt es die ganze Zeit so hell. Und das bleibt auch dauerhaft für den Save-Game. So lange, bis du das wieder anklickst. Echt? Das ist mir noch nicht aufgefallen. Wo es mir eher drum ging, war die Nacht fand ich dann doch ein wenig sehr dunkel in dem Spiel. Oh. Okay. Aber warum? Also, irgendwie macht das auch game-technisch keinen Sinn, weil ja alle auf der Station gestorben sind. Da ja nie jemand unterwegs ist, oder? Du bist lächst. Du bist lächst. Du bist lächst n节el Und jetzt geht's. Also so wie du das da angeschlossen hast, auf jeden Fall. Das sieht richtig gut aus. Also wenn du das letzte, nee, das vorletzte Bild meinst. Ja, das vorletzte. Das ist ein bisschen hardcore. Ja. Ach ja, im Discord unter Section Foundry habe ich eine Modding. Längstens angeklemmt. Da kannst du eigentlich mal reingucken. Man kann nämlich auch die Anzahl der zu speichernden Blöcke erhöhen. Das wirkt sich auch aus Lager aus. So, Seeds. So, Seeds. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Kuckuck. Kuckuck. Äh, können wir uns gleich vielleicht kurz, wenn die Schlacke weg ist, äh, schlafen legen? Klar, hast du dir dein Bett gebaut? Ja. Super. Super. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und die habe ich mir, wo ich das Bild da gepostet habe, gekauft. Ganz frisch. Aber ja, die kommt echt hart nach so einer Triumph. Deswegen habe ich mir die zum Teil auch gekauft, weil ich eigentlich meine... Äh, ist das eine Triumph-Speedstar oder so? So, gehen wir doch mal schlafen. Und das weiß ich nicht. Aber die gibt's auf jeden Fall bei Suzuki. Und anscheinend ist die auch tiefer gelegt, was richtig nice ist. Und heute habe ich erstmal den Anschluss für das Batterieladegerät gelegt. Und noch ein Messgerät und ein USB-Ladegerät angeschlossen. Honda Bandit 600? Äh, Momentum. Honda Bandit... Oh. Ich bekomme da nur die Info von der Suzuki. Und ich habe eine Bände 1200 GS... F. Ich habe fertig. Oh, okay. Dankeschön. Ich habe Nahrungsmangel. Das bin ich nämlich... Ja, das ist... Genau deswegen wollte ich schlafen, weil wir haben jetzt über 500 Reisnudeln. Reisnudeln. Und ich bin Stufe 5 kocher. Heißt, ich kann aus den Reisnudeln endlich das nächste machen. Aber dafür brauche ich noch Öl. Oh. Oh. Äh... Where are you? Ich mache mal eben einen Server-Relog. Dann sind nämlich alle Pflanzen nachgewachsen. Okay. Ich bin Bücher. 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 Das ist Top 10, from the bottom, gotta sit back, how to top wins, I'll sit back, reflect, and do it again, hardest Millie is the first, now we got 10, top 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, and again, I am number one, not number two, if I'm not the one, I'm uncomfortable, see the competition, I've been running too, leveled up, I only see the memory of you, yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been my best, die wird wahrscheinlich schneller von als meiner oh, das ist nervig also so ein geiler Coffeeshopper die ist geil also das mit dem Portal ist ja mega kacke da hätte ich irgendwie ein bisschen mehr erwartet oder das ist der Thrill dahinter, dass du ein bisschen verwirrt durch die Gegend läufst aber trotzdem Spaß macht das dann nicht oh ja, das wäre natürlich ein bisschen entspannter ist dann das Portal dann auch zeitbegrenzt also so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Auf der habe ich gelernt Ich habe ein paar Kanellonis mit Hackfleisch angesetzt, die sollten dann gleich fertig sein Kanellonis mit Hackfleisch Nice Ja, ich habe jetzt erstmal wieder Mehl in der Produktion, wir könnten uns eigentlich nochmal eben hinhauen Ja, ich würde jetzt sowieso dann mal schlafen gehen, also Also in echt Ja, ja Okay Ich wünsche dir doch viel Spaß Danke, gleichfalls Dann, danke, danke Dann hört man sich aller, aller spätestens am Dienstag Ansonsten morgen und übermorgen im Stream wieder Genau Dann dir einen schönen Abend Und bis denne Jo, gleichfalls, danke, bis denne Bye, bye Danke, danke, bye Freiheit Freiheit Oh, noch eine gute Nacht von Lala Dieses Creepy-Gelächeln Hm So Können die hier nicht wachsen So Sie hat sich ausgelockt Meet Ben Yep Ssi Shit 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 Ach, ich habe kein Öl mehr. Okay. Das könnten wir dann noch eben fix reinschmeißen und dann wollte ich mal nach einem Trager gucken, ob wir das so einfach herstellen können. Ich gehe das auch weiter. Okay. 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 We are going to type there and film it. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke schön. Ja, ich vergesse das aber wieder. Also, wir haben schöne fossile Brennstoffe da hinten. Und die verarbeiten wir gerade über den Heizdampfgenerator. Jetzt will ich gerade eine Fertigung bauen. Zahnräder 4. Ja. 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 Das läuft jetzt hier gerade durch Und dann sollten wir nach und nach diese Fertigungsfabrik dann bekommen Da freue ich mich auch schon drauf Und wir müssten hier Was fehlten hier noch? Grundlagenforschung Okay Wir brauchen einfach nur Grundlagenforschung Okay das sollte ja eigentlich Passen Und ich sollte die Moles holen Okay 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 Nice Okay Jetzt würde ich einfach mal eine Runde pennen Mal kicken Wie weit wir dann kommen Ich bin echt gespannt Ich Weiß nicht Mehr wie weit ich schon mal gespielt hatte Aber ich bin echt gespannt auf Wie können wir hier weiter Sachen verbrennen und Energie produzieren Ja Was fehlt hier? Oh So Was fehlt denn noch hier unten Drei und eine Eisenplatte Oh Gott Schon wieder keine Ahnung Ja das glaube ich auch Also wird hier irgendwas Wahrscheinlich eher Richtung Windkraft Solar Oder 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 Komm Und Wir People Das ist ja noch mal . Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das passt ja nice. So, wir können ja hier im Forschungsbuch... Also, es gibt hier noch irgendwas mit Nylon und Ölturm. Und hier unten Elektronik. Und hier gibt es ein Laser, Windradrezept, Straßenlaternen. Okay, was gibt es hier? Elektrofertigung. Okay, gibt es hier noch... Kühler, Stahlplatte, Gummirad, Stahlzahnrad, Stahlgetriebe, Sensoren... Kühlschrank... Industrieller Generator. Okay. LKW, Bagger... Fortschrittlicher Verbrennungsmotor. Der hier macht nur Ethanol. Okay. 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 So, fährt stille? Okay. So, f Fuß, pü кан, ponyo... So es fehlt noch ein was sind die hier eigentlich ok da 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 Nice. So, und damit... Druckerpresse. Aber die hier sind noch vielleicht so ein bisschen interessant. Ich hole mal Bretter. Die könnte man ja noch gebrauchen. Das Sieb und den Stampfer oder was auch immer das ist. Verschmutzung. 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 Das hier sieht übel aus. Aber das ist zum Glück nur dieser Bereich hier. Verschmutzung. Oh. Pro Stunde der globalen Menge. Betriebszeit. Wir haben hier aber noch kein Wasseranstieg und noch kein... Okay, das passt. Oh Gott, ist die groß. Oh Gott, ist die groß. Oh, krass. Der Aufzug ist schön. Das ist Powerhammer. Oh. Blacksmith. Okay, Verbrennungsmotor, Verbrennungsmotor, Ölbohrer. Kran. 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 Da finde ich das hier, Erntemaschine, Flug- und Sämaschine, sehr interessant. Aber das ist interessant. Und das ist interessant. Die hat ja so viel Bock drauf, die Sachen hier zu machen. So, ich will aber mal eben gucken, das müssen wir noch irgendwo anders unterbringen. So, ich will das. Ich will das. Ich will das. Oh. 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 So, es fehlen zwei Kessel, 16, 4, was fehlt noch? Drei Kolben. Und hier fehlen noch einmal Schrauben. Okay, und dann gucken wir mal, wie wir Leder machen können. Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Schneiderei. Und scheinlich hier. Vielleicht hier drüben dann. Oder oben in der Küche. Das könnte ich mir natürlich auch vorstellen. Okay. Okay. Dann machen wir doch bei Ebens. Metzger-Handberg. Dann stellen wir uns eben noch ein paar Pfeile her. Okay. 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 Oh. Okay. 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 So. Fehlte da dann noch was? Also ich hab jetzt Eisenplatten angestoßen, ok, oh, hab ich die doch schon unten hingesetzt? So. So. Ich muss mal das Lager hier in Industrium benennen. So. So, und der letzte Schritt war eine Glühbirne. Oh, ich glaub dafür müssen wir Draht herstellen. Das können wir doch mal eben in Angriff nehmen. Ziehen wir das einfach mal vor. So. 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 Vielen Dank. Also gleich haben wir dann Kupferkabel und können dann Glühbirnen herstellen. So. Nehmen wir die Kupferkabel schon mit. So. 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 Dann werden wir doch mal eben eine fixe Runde für die Glühbirne. Ich hätte hier vielleicht mal so machen können. Der Traktor ist gleich fertig. So. 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 dann kommen wir dann. mal. so. Nice. So. So. Es fehlt nicht mehr viel für den Ernter. Nice. Den. So. ein Ok. dann gucken wir doch mal eben. nach. so. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nice. Vielen Dank. Okay, dann hol ich mir doch mal eben Erde. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das wird ja ewig dauern. ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Aber dann haben wir jetzt schon mal unser Ziel für morgen hier aufgebaut. Wir machen dann hier ein ordentliches Feld hin. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Nice 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Wir reduzieren wieder, das ist super. So und dann will ich das Gebäude da hinten hinsetzen und da ist die Frage, ob wir uns noch die Zeit nehmen und den Kalkbrennofen bauen und dann anschließend gucken, dass wir besseren Beton herstellen, womit wir ein schöneres Gebäude hinflanschen können. Ja, auf jeden Fall. Also, allein das da eben Grat war ja schon übertrieben riesig. Alter, dieses Bild ist auch so creepy, wie du mit offenen Augen in dem Bett liegst und einfach redest. Der Kalkbrenner wird auch relativ groß sein vermute ich. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. So, jetzt kommt die Wichtigkeit. So, jetzt will ich doch mal wissen, wie das Abernten aussieht, bis auf, dass ich nichts sehe, weil das Licht nervt und... Okay, der macht nur eine Zweierlinie und durch den Dampf sehe ich leider nicht. Oh ne, der macht eine Dreierlinie. Oh nice, geht das schnell? Funktioniert das auch im Weltfestgang? Oh ja, cool. Geil, also das funktioniert ja mega gut. Und dann gehen wir da doch mal mit dem Flug drüber. Aber ich habe festgestellt, man kann das am besten rückwärts machen. Oh. 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 Okay. Dann fahren wir da noch mal zurück Oh 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 Ja, das müssen wir noch anpassen Die Gegend hier Aber es funktioniert Sehr gut Finde ich, zumindest bis jetzt Und anscheinend können auch Schrägen bearbeitet werden Ohne Probleme Ja Das war der Traktor Nice, super Da musst du mal die Tage Auf jeden Fall sagen, wie viel du da Die Minute, wenn man es denn sehen kann, denn herstellt Cool Klappt So So, Freunde Das ist 1 Uhr nachts Ich denke mal, für heute war es das denn Wir sind echt weit gekommen Das Haus hat zumindest eine Etage Und zumindest ein bisschen was von dem Dach Wir haben mit der Oh Gott Mit der Verschmutzung der Umgebung angefangen Deswegen sieht das hier alles so ein bisschen nach Wasteland aus Der Baum ist auch nicht mehr ganz so feierlich Der hier sieht schon ein bisschen besser aus Ich hoffe Ja, das ist ja auch mein Wohnhaus Wo wir jetzt eine Fertigung reingebaut haben Soll ja eigentlich nicht da stehen Das war ja erstmal nur, damit wir loslegen können Und hier unten unser Kellergeschoss Wo ich eigentlich nur eine Tonproduktion aufbauen wollte Und jetzt ist hier eine industrielle Werkstatt draus geworden Aber das passen wir auch noch alles an Und dann setzen wir Das in der Wüste um Und was halt richtig cool ist Das ist mir gerade eingefallen Mechanik Guck mal, wir haben jetzt die Übertragungsmasten freigeschaltet Das heißt wir können In der Wüste mit einem Produktionswerk irgendwie anfangen Für Energie oder so Und pflanzen dann hier Dinge an Vorher Also dass wir hier vielleicht eine schöne Baumfarm bauen Und in der Mitte dann irgendwie den Generator oder so setzen Und dann gehen wir hier an der Straße Mit den Strommasten weiter Weil dann haben wir die Verschmutzung aus unserem Gebiet raus Das ist hier in der Wüste Hier kann nicht mehr so viel sterben Und wir könnten dann hier auch das machen Dass wir hier vielleicht einen Hafen oder sowas ansetzen für später Ja genau Aber das ist so der Plan für die nächsten Tage Sag ich mal Weil hier ist unsere Eisenader Das finde ich ganz cool Können wir hier den Fahrstuhl hinsetzen Und von hier aus dann Hier ein Lager bauen oder so Das könnte man eigentlich mal eben nachschauen Damit man circa weiß wie groß ich das eigentlich machen will Weil ich wollte ein kleines Baustofflager hier zumindest hinsetzen Und wir brauchen ja auch noch Platz für Die Ach wie heißen sie gleich noch Wir brauchen Platz für die Auch die neuen Sachen Vom Schmelzen Walzwerke Und 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 Die nehmen ja auch nochmal zusätzlichen Platz ein Ach das war drüben im Sägewerk Also eine Idee war die Höhe so groß zu machen wie das hier Aber mindestens Neun Obwohl die sind Zwölf hoch Ne elf hoch Könnte auch auf elf gehen Die 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 So, So, das wäre doch die Idee. Ja, naja, aber das gucken wir uns die Tage mal an. Meinst du eher 11? Nicht erstmal so ein kleines hier hinsetzen, weil das finde ich auch schon oder nehmen wir direkt so eins da hinten. Obwohl, ey, wenn wir auf 100 sind, äh, ich meine, wenn wir schon auf 9 hochgehen, dann können wir auch auf 11 gehen, oder? Ja, dann würde ich sagen, muck wie dat. Wir setzen das auf äh, 11 fest. 12 mal 11. Ja, das zum einen. Und notfalls, äh, wenn die Maschinen nicht so hoch sind, wir können da ja auch mehrere Etagen reinbauen. dass man dann dat warte, nur zum zeigen, wow, jetzt hänge ich fest. So, aber dann könnte man hier zwei Etagen heransetzen, notfalls, und setzt dann hinter dem Fahrstuhl, macht man dann weiter oder so. dass es dann eine offene Halle ist, dass dann hier die Riesenmaschinen kommen, in einer alleinstehenden Halle so gesehen, und dann hier das Lagerhaus ist, oder so. Und dann könnte man es ja irgendwann machen, weil man ja schon so groß ist und so hoch, dass das dann hier nur noch Lagerhaus wird, und man dann den restlichen Kram da auf der anderen Seite hier hat, oder so. Oder man baut hier das Lager hin, mit einem Anschluss ans Meer, damit man Sachen ran transportieren kann. Ja. Irgendwie sowas. Naja, aber da gucken wir mal. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sind jetzt schon ganze wir sind achteinhalb Stunden dabei. Das hört sich gut an. Und joa, ich wünsche euch einen schönen Abend, und, und, und. Und Lala, das findest du beim, äh, Funkturm unter Verkauf. Da siehst du, wie viele du verkauft hast und so weiter. Aber, gute Nacht. Danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und, ja. Dann macht es gut. und wir sehen uns dann morgen. Da gucke ich mal wieder, ich denke mal, hoffentlich so gegen 15, 16 Uhr. Ich würde mich freuen und dann kannst du morgen noch mal ein Update schicken, auf jeden Fall. Und mal Zahlen präsentieren, wie viel du verbraten hast. Also, macht es gut. Schönen Abend euch. Tschöre und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.